Hallo Miriam, hast du es jemals freut, dein Studium abzubrechen? Ja, sehr, sehr oft in den vergangenen Jahren und das hatte rein egoistische Gründe. Ich fände es so toll zu sagen, dass ich fertig abgeschlossene Akademikerin bin. Ich finde, das macht sich unfassbar gut. Und ich glaube, es wäre auch meine erste Amtshandlung gewesen, nach vollendetem Studium, mir Visitenkarten drucken zu lassen, wo das MA oder das Dippel oder was auch immer es dann am Ende gewesen wäre, richtig schön drauf gestanden hätte. Aber wie gesagt, da geht es nur um Streichelheiten fürs Ego und nicht wirklich um Inhalt.